In Hoc Signum, in diesem Zeichen, so steht es von der Geburt der Kirche an über ihrer Geschichte, über ihrem Leben. In diesem Zeichen, und es ist nicht irgendein Zeichen gemeint, sondern eindeutig das des Kreuzes. Dieses Kreuz ist verschiedentlich in Verruf gekommen. Wie jedes Zeichen kann man es instrumentalisieren und missbrauchen, aber es bleibt das Zeichen des Christentums und das Zeichen der Kirche. Selbst bei Versuchen heutzutage, es durch anderes, vielleicht Gefälligeres zu ersetzen. In Hoc Signum, und zwar nur in diesem Zeichen, gibt es Leben. Wir haben das eben in den Schrifttexten gehört. Die Entäußerung Jesu, in dem Gott sich selber ganz bloß stellt und sich selber im Sohn gibt. In diesem Zeichen. Nur in diesem Zeichen ist Leben. Es gibt viele Texte der Heiligen Schrift, die das Fest heute sozusagen hervorkramt und wie man mit der Nase darauf gestoßen wird, in wie viele Psalmen, in wie vielen Schriftstellen von diesem Kreuz indirekt die Rede ist. Dein Stab und dein Stecken geben mir Zuversicht aus Psalm 23, ein Vigilpsalm des heutigen Tages. Wer denkt bei Stab und Stecken dieses Psalms an das Kreuz? Aber so führt uns die Liturgie hin aus den verschiedenen Schriftstellen, wo indirekt vom Kreuz die Rede ist, wo man plötzlich vom Holz, vom Kreuzstab spricht und entdeckt, wie tief die Heilige Schrift ist und wie viele Ebenen und Schichten sie hat. Und es gibt Stellen, die direkt das Kreuz thematisieren. In diesem Zeichen, so lesen wir in der Apokalypse, dem letzten Buch der Heiligen Schrift. Und es ist ein Mystiker des Hochmittelalters, den uns die Kirche heute in der Vigil und in der Lesehohe lesen lässt, der auf diese Stelle anspielt in einer Predigt, Johannes Tauler. Er sagt, als unser Herr dem Engel Erlaubnis gab, alles, was auf Erden war, zu schlagen und zu vernichten, sprach er, du sollst nur die verschonen, die das Zeichen, das Siegel, das Kreuz auf ihrer Stirn tragen. Und Tauler sagt, noch einmal betont, ein Mystiker, wer aber das Kreuz nicht in sich, noch auf der Stirn trägt, der wird nicht verschont, nicht gerettet. Das klingt gut, aber was heißt es konkret? Wie oft sind wir dabei, uns gegen die Kreuze zu wehren? Denken wir nur daran, wie sehr wir beklagen, auch Zustände in der Kirche, Zustände in der Gesellschaft, alles das, drückende Lasten, schwere Wunden, Kreuze. Wer das Kreuz nicht in sich trägt, noch auf der Stirn, wird nicht gerettet. Tauler sagt, nicht die Gelehrten, nicht die Beschaulichen, noch die Tätigen werden geschont werden, sondern die Leid getragen haben. Welch ein Wort am heutigen Tag. Dass wir lernen, nicht am Kreuz vorbeizukommen, das ist die Botschaft des Christentums, sondern durch das Kreuz hindurch. Die Kreuze, die sich ergeben, die Kreuze, die das Gesicht der Kirche heute entstellen, wo wir in unserer Gesellschaft nicht wissen, wie das in einigen Jahrzehnten sein wird, ob es diese Gesellschaft so noch gibt. Man zweifelt daran. Weil sie sich selber zugrunde richtet. Weil sie permanent über ihre Verhältnisse lebt. Und weil es gar keine Gesellschaft mehr gibt, weil wir geradezu aussterben. Aber es geht nicht am Kreuz vorbei. Man könnte die Gruppen, die Tauler nennt, noch erweitern. Nicht die und die und die, die Perfekten, die alles toll hinkriegen, die Karrieristen und die immer alles schon wissen und die alles analysieren. Nicht die werden gerettet, sondern nur, wer das Kreuz in sich hat und auf der Stirn. Nur die, die Leid tragen und getragen haben, werden gerettet, werden verschont. Nehmen wir diesen Tag, Schwestern und Brüder, nehmen wir diesen Tag, die Kreuze anzunehmen. Sie sind nicht der Schlusspunkt. Aber nehmen wir diesen Tag, um das Kreuz unseres Lebens, das Kreuz der Kirche heute anzunehmen und es als eine Trophäe zu betrachten, als ein kostbares Kreuz, das uns gegeben ist. Weil wir genau darin das Leben finden, das Gott verspricht. Das Leben, das aufgerichtet ist am neuen Baum des Paradieses, dem Baum des Kreuzes.